18 Kilometer mit 20 Hindernissen Die große Challenge Rosarius Next Top Athlete 18 Kilometer mit 20 Hindernissen Rosarius Next Top Athlete Willkommen zur heutigen Ausgabe von Rosarius Next Top Athlete Bald ist es soweit, die Tough Mudder Full Distance in der Eifel wartet schon Aber heute heißt es dennoch trainieren, trainieren Jeder will ja die Challenge schaffen Während der Trainingseinheit verfluchen die Sportler Rosario mit Sicherheit Aber danach fühlt sich jeder gut Das war's für heute! 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 Das war das letzte Training vor der großen Challenge in der Eifel Tough Mudder Full Distance 18 Kilometer mit 20 Hindernissen Jetzt bleibt nur noch ausruhen und gut schlafen Sicherlich träumen die Sportler von nichts anderem mehr bis zum nächsten Mal! Das war's für heute! Das war eine Folge aus Rosarius Next Top Athlet, der harte Weg zu Tough Mudder. Klick beim nächsten Mal wieder rein oder abonniere den Kanal. Wenn du die Glocke aktivierst, bekommst du eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Wenn du mehr über unseren Personal Trainer Rosario Battaglia erfahren willst, dann folge der eingeblendeten Website. Rosarius Next Top Athlet Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Vielen Dank.